hallo und herzlich willkommen schön dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf unserem youtube kanal jetzt folgt noch das rezept für diese woche und zwar zu unserem salatkarussell wenn ihr das video verpasst habt dann schaut hier oben gerne noch einmal rein und ansonsten sage ich einfach mal hallo mein name ist björn ich bin teammanager der bezirkssalon in essen und ich freue mich dass ihr dabei seid in unserem salatkarussell kann man nicht nur salat schleudern nein es eignet sich auch wunderbar durch den entsprechenden siebeinsatz einmal als abtropfsieb aber auch als salatschüssel und wie sich das wunderbar kombinieren lässt das zeigen wir euch in dem nächsten video die zutaten dazu hier unten die seht ihr in der video beschreibung alle erforderlichen sachen die es quasi auch von tupperware gibt findet ihr auch entsprechend da unten in der video beschreibung in dem entsprechenden shoplink und ich würde jetzt einfach mal sagen habt viel spaß dabei den leckeren und wirklich sehr leckeren tortellini salat einfach mal nachzumachen so 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 herzlichen dank liebe michaela sie ist auch teammanagerin bei uns in der bezirksstellung in essen ja das war es auch schon wieder für heute ich bedanke mich dass ihr dabei wart und ich würde mal sagen wir sehen uns beim nächsten mal vergesst nicht den kanal zu abonnieren wenn es noch nicht getan habt dann macht das bitte sehr gerne jetzt und die glocke gleich aktivieren dann verpasst ihr auch kein weiteres video mehr von unserem kanal und wenn euch dieses video gefallen hat dann lasst auch gerne den daumen nach oben da in dem sinne sag ich einfach mal tschüss bis bald so 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 so